so ich habe jetzt mal kurz was gemacht ich habe jetzt mal bei flaps so maximal 50 fps eingegeben irgendwann war es irgendwie immer auf maximal 30 und ich muss ehrlich sagen ich bin angenehm überrascht es sei das gibt es ja die frame ist gerade gut diese frames gibt was soll das was erstmal ehrlich was soll das ich weiß es auch nicht ich mache die musik aus okay ich glaube dass mit maximal drei 50 war auch nicht so gut so ich hoffe jetzt läuft es besser okay es läuft wirklich besser das läuft gerade wirklich viel besser naja oder okay flüssig fps liegt bei 30 ich habe da jetzt mal von 600 sekunden auf 900 sekunden eingestellt und es ist besser zwar nicht perfekt aber besser okay jetzt brauchen wir die sense war immer wenn ich mich drehe oder wenn ich irgendwas öffne ja immer wenn ich mich drehe irgendwie okay jetzt zwar nicht aber was wenn ich ich guck mal ich will nur was ausprobieren tut mir wirklich leid dass ich das jetzt machen muss aber sich bewegen außerdem leid dass ich jetzt noch hier am herumexperimentieren bin aber ja das sieht jetzt scheiße aus läuft irgendwie besser das sieht scheiße aus ich mir kommt es irgendwie so vor als ob ich über den boden schweben würde es läuft besser die frame ist gerade perfekt die ist flüssig sagt das jetzt nur an die jetzt sagen okay ist wieder frame skip oh es wurde nacht sagt mir bitte nicht dass es nur an der bewegung jetzt hier lag was wenn ich die bewegung wieder anmache was passiert dann 30 äh 30 30 oh das ist angenehm man jugendfrei das ist so blöd aber microsoft wirklich jugendfrei bleiben also jetzt nicht so überall das blutspritz oder so wenn man ein monster gekillt hat ne ne das nicht das um himmels willen nicht was wir brauchen ist zwar die wir haben die dabei oder habe ich die gerade geholt was denn ich habe doch gerade mit der getestet ich hatte die doch gerade in der hand gehabt was ist mit mir los jetzt läuft die framework gerade gut gut von liegt das nur mein gott ne neue axt brauchen auch und ah wir hätten die steine schon mal in den ofen schieben können oder ist der nebel was wenn ich jetzt hier so mache ich sie frame mir dann blöd oder geht die da noch einigermaßen bis jetzt ist die eigentlich ganz okay wenn die so im 20er bereich wenn die so im 20er bereich ist bin ich zufrieden die holzkohle dann gehen wir mal zum feld sie gerade flüssig die frame rate ach gott warum kann das nicht immer so sein ne neue axt man naja egal jetzt wollen wir hier erstmal zum felde gehen jetzt mal ehrlich warum kann die frame rate nicht immer so gerade grandios sein wie jetzt es ist kein frame skip kein gar nix kein 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 gar nix alles perfekt mit mit playlists im hintergrund die spielt jetzt gerade bei mir im hintergrund ich hab ihr nicht eingeschnitten jetzt gerade in diesem augenblick die ist wirklich jetzt hier gerade perfekt die ist gerade perfekt davon kann ich nur träumen ne schaf hopp ja ich hoffe extra nicht weil unser hunger ist ganz ziemlich weit unten brot könnten wir uns auch mal machen wir haben hier 27 getreide ne neue axt jetzt denke ich endlich mal daran kaum sogar mal bewahr ich denke mal daran aus kubelstunde machen wir uns eine indianer axt ähm hier ehrlich gesagt bin ich damit nicht zufrieden es war ja auch nur so notunterkunft also dieses zimmer müssen auf jeden fall noch auch auch noch verbessern ähm aber ich wollte jetzt erstmal hier das hier ausgehoben haben wo freemen du bist gerade perfekt ok jetzt mal kurz weg aber das kann ja mal passieren da ich nenne dich jetzt achts achts scharf oder was auch immer du hast mir immerhin die axt als ob die unbedingt will dass ich die kille äh keine ahnung dass das kille hmm provisorisch 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 kann könnten wir was machen provisorisch 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 könnten wir hier was machen ach freeme du bist gerade so perfekt willst du mich heiraten nein das mache ich erstmal zu ähm so was getreide haben wir jetzt gar nicht dabei aber wir können uns jetzt mal hier wieder neues holen dankeschön einfach nur mal so zur grundinformation kaste beats nur hier die die songs hier die beats kaste beats könnt ihr auf meinem kanal nachschlagen oder hier unter diesem video kaste beats guckt euch das an gesagt hört euch das an die sind einfach nur geil die beats dann haben wir den eimer dabei nö dann ach egal kann das nicht kann sich das hier schon mal voll saugen hey das war jetzt blöd eigentlich sollte ich das so jetzt kann sich das ja alles voll saugen auch nicht schon wieder die ist okay bitte nicht ich will ein weißes schaf haben ich will ein weißes schaf haben damit er nicht irgendwie so ein mischmasch rauskommt mal so ein weißes mal so ein spaßes hey hey komm mal her komm mal her was hat der hier für dich nicht für dich du graues schaf blödes graues schaf komm mal her komm mal her äh grau könnten wir vielleicht auch mal verwenden ach ich nehme einfach mal beide mit komm mal her kommt mal her nicht in die hülle der zwei spawner fallen die hülle der zwei spawner hört sich irgendwie komisch an sei es nicht so hihihi komisch sondern eher so komisch irgendwie merkwürdig ähm könnt ihr mal aufhören euch zu drängeln ähm geht das jetzt vielleicht mein gott ihr seid aber auch so zwei dämliche schafe kommt ihr jetzt mal hier hallo ich rede mit dir na endlich ich dachte das geht nie so du hast das glück du hast eine freundin gefunden ich hab dir eine freundin verschafft ich bin hier ein ähm ich bin hier ein wie nennt man das hallo man ich glaub der hält nix von online dating ja genau irgendwie so online dating profile hallo kommst du mal hier durch na endlich ich dachte das wird nie was mit euch beiden es wäre ja traurig zack und zack oh wie süß die schere hab ich grad nicht dabei verdammt aber die freundin ist grad perfekt es tut mir leid wenn ich das so sage aber ich die ist grad grandios alles läuft flüssig so was haben wir denn hier die schere brauchen wir ähm weizen haben wir mal pilze ähm hier die kürbisse können wir abschlagen ein bogen könnten wir uns vielleicht irgendwann mal machen aber wir haben dazu zu wenig feile meiner meinung nach hier meinungsfreiheiten den eimer brauchen wir mal kurz was war das wolle 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 äh blö blö zwei holztreppen noch ein eimer also immer themenvorschläge zum bequatschen oder bauvorschläge sind immer herzlich willkommen sind immer herzlich willkommen ähm nach